Liebe Tante, sagte eines Abends, gerade acht Tage vor Weihnachten, die kleine Mathilde, du erzählst mir immer von dem Christkindchen, aber gar nichts von seiner Mama. Sage mir doch, wer sie gewesen ist und wo sie gewohnt hat. Nun, wenn du hübsch ruhig sitzen und zuhören willst, und der Georg auch, dann will ich euch alles erzählen, was ich von dem Christkindchen, von seiner Mama, dem Knecht Nikolaus und dem Eselchen weiß. Es war sehr still und behaglich in Tantens Zimmer, im Ofen knistete das Feuer und draußen auf der Straße der Schnee, wenn jemand vorüberging. Die Lampe brannte noch nicht, aber es war doch nicht ganz dunkel im Zimmer, denn die Gasflamme vor dem Fenster war für einen flackenden Schein herein und malte bald tiefe Schatten, bald bunte Lichter auf die Wände und streifte mit glänzendem Schimmer die grünen Pflanzen und Sträucher des Blumentisches. Eine bessere Stunde zum Geschichtenerzählen als diese gibt es nicht. So rückten der Mathildchen und Georg ihre kleinen Stühle ganz dicht an den Stuhl der Tante, und sie begann ihre Merlin und erzählte jeden Abend ein neues, bis sie endlich am neunten Abend, und nachdem das letzte Merlin erzählt war, dass liebe Christkind selber kam, um alle Märchen und Träume der Fantasie zu verwirklichen und überflüssig zu machen. Ende von Forward Ende von Forward Vielen Dank.